Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Die Lulu ist auch bereit. Die Lulu ist auch bereit. Alle sind bereit, den Teaser aufzuzeichnen. Warum ist das? Wedel, wedel. Sie wedelt. Weißt du, ist dir schon mal Folgendes aufgefallen? Sie liegt ja jetzt auf deinem Kopfkissen im Bett. Mit ihrem pupsigen Arsch. So, und wenn du ins Zimmer kommst, dann hat, man hat den Eindruck, der Hund hat ein schlechtes Gewissen. Das hat sie nicht, wenn ich da bin. Merkst du was? Du hast ja auch mein schlechtes Gewissen, wenn ich ins Zimmer komme. Prophylaktisch. Weil du, ja, mach dir mal Gedanken über dein Image. Jenny, die Sorge um die Pferde. Hört ja nie auf. Klecks hat einen dünnen Günther. Gruß an Günther vom Berg. Na, okay, nee, ein flotten Otto. Ja, es haben ein paar Pferde bei uns im Stall. Ein bisschen Durchfall. Vielleicht ist es ein Infekt oder, keine Ahnung, wir sind noch nicht so, wir haben noch keinen Hinweis, woher es kommt. Aber ein Pferd hat schon seit drei Tagen ein bisschen stärkeren Durchfall. Da waren meine noch ganz gesund. Ey, sie ist auch ganz fett. Und Klecksi hat jetzt seit heute auch so ein bisschen dünnen Pfiff. Ist das, also, ihr seid jetzt aber nicht mega beunruhigt. Also, es ist irgendwie, kann mal vorkommen, sowas. Also, es gibt ja so Krankheiten bei Pferden, wo man sagt so, oh, oh, ganz schlimm. Aber das zählt jetzt nicht unbedingt dazu. Aber in den Griff kriegen sollte man es natürlich. Auf jeden Fall, ja, ja, beobachten. Und wenn es nicht innerhalb von einem Tag oder so wieder weg ist, dann würde ich auf jeden Fall aktiv werden. Wir fahren ja noch zum kleinen Bigi heute in den Schwarzwald. Und wir gucken mal, die Tierärztin will noch kommen. Vielleicht ergibt es sich, dass wir da, das liegt so halb auf dem Weg, der Stall, dass wir da noch mal reinhopsen. Und dann vielleicht auch die Tierärztin noch mal sprechen können. Wir werden in der Sendung darüber berichten, was sich daraus ergeben hat. Ansonsten ist, es gibt Neuigkeiten. Wir haben fantastische neue Podcast-Technik bestellt. Das, was mir Spaß macht, Mikrofone, Mischpult. Heute klingelt es an der Tür. Zwölf Uhr, der DHL-Mann. Ich hatte mein Frühstücksei schon geköpft, ja. Also, ich habe ein geköpftes Frühstücksei liegen lassen, um die Schuhe anzuziehen, runterzueilen, um den DHL-Mann reinzulassen. Und was ist es? Was ist es? Pferdefutter. Pferdefutter, leck mich doch am Buckel. Hast du es schön unten stehen lassen und dich mit hochgebracht? Nee, dann muss ich es ja wieder runtertragen. Ich wollte gerade, das war jetzt aber nicht aus Wut, sondern … Du hättest es auch aus Wut, das hätte ich dir auch zugetraut. Das ist nicht mein Paket, ihr Hass. Hass ist nicht mein Paket. Jenny, bin ich nicht, ich gehe wieder hoch. Doch, nein, aber das war tatsächlich jetzt lieb gemeint, dass du es nicht rauf und wieder runter tragen musst. Pferdefutter gehört ja in den Pferdestall. Man merkt schon, bei uns ist so diese vertraute Mischung von irgendwie immer was los und irgendwie dann doch, ist es alles irgendwie so vertraut. Vertraut wird auch sein und dann doch auch wieder irgendwie ganz neu das, was wir tatsächlich so substanziell in der Sendung erzählen. Denn ein großes Lehrgangswochenende steht an. Auch eins, mit dem du schon klare Ziele verbindest. Silke Rahmschütz. Ich hoffe, ich kann reiten. Ich bin auch ein bisschen krank. Hör auf jetzt, dann du wirst Sprit gefixt, fit gespritzt. Sprit gefixt. Ja, du weißt schon, Silke Rahmschütz, zweimal ACDC und natürlich wirst du reiten können und du hast ein klares Ziel. Ja, ich will an den Wechseln arbeiten, an den Traversalen und Schulter herein, also so in Richtung M-Lektion. Da würde ich gerne noch so ein bisschen dran feilen. Also das ist schon ein Sprung, den du da ins Auge fasst, weil bisher war ja so deine Marschrichtung, er soll einfach die Wechsel springen und wie es aussieht, ist egal. Du hast ja schon mal gesagt, auf die Wechsel, die ihr springt, die sind durch und das ist das Ziel. Aber notenmäßig würden Wertungsrichter darauf irgendwie, also ich weiß nicht, wäre eine 4 vor dem Komma oder wäre eine 5 vor dem Komma, eine 5 vor dem Komma. Manchmal eine 5, manchmal eine 3, also sie sind auch noch nicht so beständig. Aber jetzt geht es tatsächlich darum, sie auch ein bisschen schön zu machen, so in Richtung einer hohen 5 zu petern. Genau, also das Ziel wäre so eine 5,8 auf die Wechsel. Okay, und dazu muss, du hast gesagt, Gruppe hoch, also… Nee, runter. Genau, sie ist jetzt noch hoch, also worauf kommt es an bei Wechsel schön machen? Also die müssen ja erstmal durchlässig, die Pferde müssen Last aufnehmen, die müssen unter ihren Schwerpunkt treten, also es ist immer sehr schön, eine 8 gibt es auch einen Wechsel, der schön bergauf gesprungen ist, das ist immer so dieses Ziel, diese bergauf gesprungenen, fliegenden Wechsel mit Ausdruck und Kadenz, davon sind wir 5 Jahre weg. Also, klare Aufgabe, du wirst berichten von den Lehrgangstagen, wie er sich angestellt hat, ACDC, wie du dich angestellt hast und wo wir hier so beieinander sind. Lass mal ganz kurz Redaktionskonferenz noch machen. Also, die Kurzfristplanung, was wir in der Sendung am Montag erzählen, haben wir jetzt ja quasi mittelfristig, mache ich mir Sorgen, um unsere Nadine vom Berg. Die hat gestern eine schockierende Geschichte erzählt. Sie will unbedingt mal wieder in den Podcast und sie hat, wir waren Teil eines Traums von ihr. Und zwar sollte es … Stimmt, der Albtraum. Genau, der Albtraum. Wir wollten mit ihr eine Sendung aufnehmen, sie hat aber irgendwie kein Wort rausgekriegt. Und dann haben wir im Facebook haben wir dann irgendwas veröffentlicht, irgendwie nächste Sendung und ihr Name war durchgestrichen. Also, sie war … Ja, sie war nicht mehr Teil der Show. Also, ich mache mir so ein bisschen Sorgen darum und ich finde, wir müssen mal wieder eine Sendung mit ihr aufnehmen. Und ich finde, ehrlich gesagt, das Thema ist, ihr Beruf, der die eine Hälfte des Jahres der schönste Job der Welt ist und die andere Hälfte des Jahres … Lässt sie immer furchtbar dick aussehen. Weil, genau, das ist der alte Obelix-Spruch, ich bin nicht dick, ich bin nur dick angezogen. Und dann, wenn man das sieht da oben, es ist halt der schönste Reitplatz der Welt, ist halt nicht die schönste Reithalle der Welt, wo man auch mal die Heizung aufdrehen kann, sondern es ist ein Reitplatz auf einer Anhöhe im Schwarzwald. Und da ist es halt im Wind … Eine Anhöhe ist aber jetzt echt milder ausgedrückt, ist auf dem Berg. Auf dem Berg. Und da ist es halt 0 Grad. Arschkalt. Gefühlt minus 5. Es ist feucht, der Platz ist Matsche, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, ist er Knüppel hat. Gefroren. Gefroren. Und wenn es mal schneit da, dann bleibt der Schnee halt auch liegen. Wir sollten tatsächlich mal mit ihr reden. Wie sieht denn Reitlehrerin aus im Winter auf dem Berg? Gutes Thema, oder? Wie hält man sich da warm? Sehr gutes Thema, vor allem wie hält man sich da den ganzen Tag warm. Ja. Mit Glühwein theoretisch, aber man kann ja nicht schon morgens … Oder ist er um eins schon besoffen, das geht nicht. Genau, also da muss es andere Strategien geben. Hasst sie ihren Job dann manchmal? All diese Fragen werden wir mal mit ihr klären, oder? Mittelfristig. Ja, mit Hubert brauchen wir ja da nicht zu reden, weil der steht ja immer in unserer kuscheligen Reithalle. Geht er im Winter nicht da hoch? Nee. Echt nicht? Der kommt nur im Sommer da hoch. Ehrlich? Ja, auch wegen der Haare und so. Ist das so ein schön wecker Wettertrainer offensichtlich. Jetzt werden hier Legenden gestrickt. Nein, wenn der Platz ja feucht ist, matschig oder gefroren, da kann man ja nicht springen. Das ist nicht wegen der Haare oder so, nur ein bisschen wegen der Haare. Also dann. Habt ein fertiges Wochenende. Tschüss. Und verpetzt uns nicht beim Hubert. Vielen Dank.